So, hallo zusammen zu meinem Need for Speed Pro Street. Ich habe eine kleine Pause eingelegt, bis die ganzen Teile hochgeladen waren. Und jetzt machen wir weiter. So, Autobahnring mache ich weiter. Showdown Autobahnring. Allerdings brauche ich noch für Nate Denver 5 Rundenrekorde. Naja, auch noch Speed. Aber egal. Jetzt machen wir erstmal eine super Promotion fertig. Natürlich mit meinem Impreza. Wo mir eigentlich ein BMW besser gefallen würde. Aber auf der Strecke oder in dem Spiel BMW. Einen Trackwagen brauche ich jetzt. Nämlich die Orangene Gurke. Mein Drift. Und natürlich mein Speedwagen. Und ein Ersatzauto. Dann nehme ich entweder den RX8 oder den hier. Nämlich den hier. Wie größer der Schaden an einem Wagen. Das ist so mehr kostet die Reparatur. Ach ne, ich mach doch nicht. Weisheiten des Tages. Das könnte mir jetzt auch wieder ein dummer Spruch zu einfallen. Aber ich lasse es wieder bleiben. Okay. Halbmeilen-Track. Auf dem Autobahnring. Okay. Ich weiß das geht 100% schief. Das weiß ich jetzt schon. Aber gut, okay. Oh Mann. Oh Mann. Na ja. Das könnte mir jetzt noch ein bisschen verbessern. Aber ist doch schön, 11, 14, 14, 15, 16, 16, 18, 25, wunderbar, alles klar. Schauen wir mal, gegen wen fahre ich denn? Ivan Dakowski, Evo. 800 PS, 866. Ach, doch, guck mal. Immer dieser Back. Oh, 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 Lagard-Kiste. Oh, geht doch. Joe Teggett mit seinem Civic, 26,8 Sekunden, bei 138 kmh. Wir haben 395 kmh. Ivan Dakowski mit 171 kmh. Der schnellste natürlich hier, Mr. Wright, 201 kmh. Nach mir natürlich, klar. 201 kmh. Hoppala, nicht da reinfallen. Irgendwem fahre ich denn jetzt? In Paul Triask. Der Beste vom Evox-Gleit-Clane-Team. Alles klar. Extrem schlecht gestern. Aber extrem schlecht. Das sieht man auch. Nicht traurig. Ja, gut. Oh, 13,78. Boah, fährlich nah. Nee, nicht wirklich. Ging ja gut. Muss ehrlich sagen, bin ja überrascht. Es ging gut. Normalerweise schrotte ich die Kiste immer auf der Strecke. Gut, okay. Es liegt auch am Setup. Es scheint fast nur, als würden wir heute einen neuen Aufsteiger sehen. Unser Freund Ryan Cooper hat den ersten Sieg in der Tasche. Und so wie es aussieht, können wir noch einiges mehr von ihm erwarten. Da haben wir gleich bis bald Rio schon gegen den Land zu müssen. Hm, 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 hm. Hat er es noch nicht lustet? Hm, hm, hm. Machen wir Drift? Machen wir Drift. Was das Bild manchmal überspackt, äh, weiß keine, keine Ahnung, woran das Licht. Ich bin der Gaul. Erste Runde gleich mal mit Noz. Ab und zu ein bisschen aufmachen. Ich lasse es lieber aufholen. Erste Runde gleich mal mit Noz. Erste Runde gleich mal mit Noz. Erste Runde gleich mal mit Noz. Ach komm. Aber gut. Okay. Licht auch am Winkel. Maus geweckt. Hier bin ich. Schlampe. Hier bin ich. Erste Runde gleich mal mit Noz. 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 aufgenommen. Sobald mal ist der kleine Sonne. Bleib unten, bl Schmix zu Beautiful. Bleib unten, du Häufler Elend! Weil das so schnell wird, so wann auch mal runter vom Gas. Wofür?! Mach mir das Resil? Doch, mir ist das scheißegal, wenn ich die Kiste schrack, ist mir das egal, mir ist scheißegal. 399 kmh. Original Lambo fährt nur 3,50 kmh. Klaut Papier weg. Das ist so schön, alles geht nur die frische Hülsen. Ich wollte schon sagen die Flöhe, ja die Flöhe auch. Ist alles machbar. Mal gucken, ob wir gewonnen haben. Den rekordt man nicht. Auch mit den Kriegen. Nein, nicht doch. Was geht ab ey. Und wie spinnt es den gerade. Der ist jetzt ein unglaublicher Tag. Wir haben fast 20 kmh. Hatte ich gerade mal vereinzelte Ruckler drin. Ivan Darkovski fährt auch nicht. Paul Drask an erster Stelle. 900...